Laut Statistik ist das der tödlichste Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Gemessen an den Zahlen, die dort verstorben sind. Wohin werden diese Leute umgesiedelt? Das ist ein gewollter Krieg, beziehungsweise gewollt von bestimmten Leuten, weil sie dadurch günstiger an diese Rohstoffe rankommen. Der Grund, warum es den Krieg gibt im Westen, wird gesagt, ist Uzi und Tutsi-Konflikt. Uzi und Tutsi-Konflikt nachweislich wurde kreiert von den Belgiern, Briten und Franzosen. Diese Kinder dort sind im ganzen Dorf, die kennen den Beinamen, die kennen ihn persönlich. Diese Kinder weinen, wenn er geht. Diese Kinder freuen sich auch, wenn er zurückkommt. Zum Beispiel der Olaf Scholz sagt, wir müssen modernisieren, wir müssen digitalisieren. Wir brauchen grüne Energie. Und dann fragst du dich, woher kommt diese grüne Energie her? Auf wen sein Nacken machst du das? Ja, auf welchen Nacken machst du das? Wie wollen wir modernisieren, wenn wir immer noch eine Ungleichheit haben, wo hier Menschen, Kinder vor allem in Schluchten graben müssen? Wenn die Medien das nicht verbreiten, müssen wir das als Menschen tun, als Masse. Weil sonst verlieren diese Themen an Wichtigkeit. Willkommen zu einer neuen Folge von Ready2Podcast. Wir haben unseren Gast da, der schon mal da war. Josy Welli, was geht, mein Bro? Was geht ab? Was geht ab? Freut mich wieder hier zu sein. Part 2 heute. Part 2. Das erste Mal war ja auch schon geil. Diesmal Part 2. Eigentlich kein schönes Thema, aber auf jeden Fall ein Thema, worauf man auf jeden Fall aufmerksam machen sollte. Weil in den Medien wird nichts davon berichtet. Dafür haben wir unseren Experten da, Josy Welli. Erzähl mal vielleicht nochmal über dich, Bruder. Vielleicht haben die Leute die erste Folge nicht gesehen. Ja, für die, die mich nicht kennen, ich betreibe Aktivismus aktiv. Pan-Afrikanismus vertrete ich, die Ideologie des Pan-Afrikanismus. Und kann man TikToker sagen? Ja, komm, sagen wir mal. Für die, die sich nicht wissen, auf Social Media bin ich aktiv. Social Media Crater. Stark, 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 stark. Also unser heutiges Thema ist der Kongo. Du bist auch selber aus dem Kongo, zur Hälfte. Richtig. Und ja, ich hab vielleicht mal kurz, wie ich das mitbekommen hab, es war glaube ich zu derselben Zeit von dem Palästina-Israel-Konflikt, der gerade auch herrscht, dass ich so TikToks viel mitbekommen hab, die so gesagt haben, ey Leute, der Krieg in Palästina ist schlimm, aber in Kongo passieren auch gerade kranke Sachen, das geht ein bisschen unter. So, ey, push das mal ein bisschen und so. Irgendwie niemand berichtet darüber. Und vielleicht kannst du uns so grob aufklären erstmal, was geht gerade im Kongo ab? Für alle, die gar keine Ahnung haben oder das vielleicht nur so mal hier und da ein bisschen mitbekommen haben. Also für jeden, der es nicht mitbekommen hat, in Kongo findet derzeit ein Krieg statt. Dort werden Rebellen finanziert, die die Bevölkerung angreifen, die Bevölkerung umsiedeln, so dass aktuell über 6 Millionen Menschen auf der Flucht sind und schon über 10 Millionen Menschen gestorben sind dort. 10 Millionen sind schon wann, in welcher Zeitspanne? 25 Jahre oder? Exakt. Es sind über 10 Millionen Menschen gestorben und laut Statistik ist das der tödlichste Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Gemessen an den Zahlen, die dort verstorben sind. Wohin werden diese Leute umgesiedelt? Die werden einfach umgesiedelt, weil es kommt dazu, dass es eine Bevölkerung gibt, die irgendwo wohnt oder da besiedelt sind. Und dann kommen die Rebellen, pushen die weg. Wahrscheinlich so bezahlte Söldner oder sowas wahrscheinlich. Genau, weil sie an die Rohstoffe wollen und das ist noch verstrickter, als es sich eigentlich so anhört. Ja, also das ist so ganz grob so, das ist glaube ich auch... Beziehungsweise nicht nur das, es werden auch Nachbarländer, Regierungen anderer Nachbarländer wie Uganda und Ruanda finanziert. Und diese finanzieren auch zum Teil diese Rebellen. Genau, darauf will ich auf jeden Fall, da will ich nochmal im Detail drauf eingehen. Also grob kann man sagen, es geht um Rohstoffe, ne? Richtig. Vor allem Kobalt, Koltan, abgesehen von den üblichen Sachen, die eh schon da immer waren, Kupfer und so weiter. Aber diese Rohstoffe, Kobalt und Koltan, das sind ja Rohstoffe, die braucht man vor allem so in elektrischen Geräten, in Batterien, in Smartphones, Rechnern, in Konsolen und so weiter. Also alles das, was die westliche Welt oder auch der Rest der Welt, die ganze Welt aktuell quasi extrem benötigt oder benutzt. Und was riesige Firmen quasi auch benötigen, um ihre Produkte herzustellen, ne? Richtig. Und wie genau, also wer kämpft quasi gerade um diese Rohstoffe? Eigentlich könnte man ja annehmen, dass Kongo diese Rohstoffe quasi besitzt, weil es ihr Land ist. Aber wie trägt sich das Ganze aus? Es ist nicht so einfach. Kongo ist halt, wie wir wissen, seit fast 60 Jahren unabhängig, in Anführungszeichen. Aber, wie schon gesagt, die Infrastruktur wird halt von großen Konzernen kontrolliert. Dementsprechend wird auch ein Stück Land von großen Konzernen kontrolliert. Das heißt, zum Beispiel hatten wir, in Deutschland war ein Fall, das hat keiner mitbekommen, Anfang 2001, 2002 wurde die Bayer, ein Tochterunternehmen von Bayer, Star GmbH, angeklagt, weil sie während dem Bürgerkrieg im Kongo immer noch weiterhin abgebaut haben, Rohstoffe abgebaut haben. Obwohl sie wussten, da ist gerade ein aktiver Krieg, wenn wir weiter abbauen, sorgen wir für weiter Stress. Und es wurde sogar nahegelegt, bewiesen sogar, dass die Star GmbH diese bestimmte Rebellen bezahlt haben, damit sie diesen Konflikt aufrechterhalten, damit sie weiter günstig diese Rohstoffe abbauen können. Die haben Rebellen mitfinanziert? Mitfinanziert. Ach du Scheiße. Das war der Punkt, das war der Kritikpunkt. Irgendwann hat die Bayer GmbH das Tochterunternehmen verkauft, gehört jetzt ganz vielen Investoren aus der USA, Kanada und etc. Aber die hatten maßgeblich einen großen Anteil, weil die Star GmbH ist der größte Kobaltproduzent, also der, wie sagt man, das ist der größte Exporteur von Kobalt, der Kobalt verarbeitet. Bruder, so krass. Das siehst du in so vielen Filmen normalerweise, in solchen Kriegsfilmen siehst du das und das ist einfach real, Bruder, das ist so hart. Ja, ich hab mir im Rahmen der Recherche, hab ich mir so ein paar Podcasts oder auch so ein paar Beiträge angeguckt, da war ein Podcast von Joe Rogan, da hatte der, warte, ich hab mir den Namen aufgeschrieben, Siddharth Karat zu Gast. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich hab das gesehen, ja. Ja, und der hat so erzählt, das war vor einem Jahr, dass die Ausbeute, die gerade stattfindet, also wie gesagt, vor einem Jahr, jetzt ist ja Kriegszustand, aber vor einem Jahr meinte der, dass die Ausbeute, die im Kongo stattgefunden hat und stattfindet, dass das die krasseste Ausbeute der Geschichte der Sklaverei sei, jemals. Kann man das so sagen? Wenn man es geschichtlich sieht und mit der Geschichte weiter verbindet, wenn wir daran erinnern, wie in der letzten Folge schon erwähnt, König Leopold hat schon davor über 15 Millionen Kongolesen umgebracht, weil sie für den gearbeitet haben, wieder für Rohstoffe. Das, was du jetzt findest, ist ein Krieg für Rohstoffe, in dem die Population natürlich leidet und Konzerne immer mehr machen, weil wir brauchen ja, wir sehen ja nicht, die Konzerne können ja nicht sagen, ey, wir wissen nicht, was abgeht, wenn du über 6 Millionen Leute hast, die auf der Flucht sind und ihr baut diese Rohstoffe an, eure Produkte haben diese Rohstoffe drin, könnt ihr nicht sagen, ihr wisst nichts davon. Also das ist ein gewollter Krieg, beziehungsweise gewollt von bestimmten Leuten, weil sie dadurch günstiger an diese Rohstoffe rankommen und natürlich mit unfairen Mitteln an diese Rohstoffe rankommen. Die Leute, die in so Minen arbeiten, ich hab mir mal so ein paar Videos gegeben, das ist ja teilweise einfach so, keine Ahnung, 15.000 Menschen innerhalb in so einer Mine, ihr müsst euch das so vorstellen wie so eine, keine Ahnung, irgendwo so eine Schlucht in einem Berg, überall Sand und darunter halt Kobalt oder was da gerade rausgeholt werden soll. Und die Leute arbeiten mit einfach so ganz normalen, genau, ganz normalen Werkzeug, nicht mal irgendwelche Maschinen oder so. Einfach so günstig wie möglich gehalten einfach. Teilweise passieren da Erdrutsche, Leute werden unter der Erde begraben und so weiter. Das sind schon unmenschliche Verhältnisse. Ja. Ich frag mich, wie kann das auch die kongolesische Regierung zulassen? Wie sieht's da aus? Gibt's da eine regulierte Regierung oder gibt's da Infrastrukturen oder ist da quasi... Die wird da auch bestimmt unterwandert. Ist das auch instabil? Die Infrastruktur wird maßgeblich, wie ich schon gesagt hab, kontrolliert halt von anderen westlichen Konzernen, ne? Aber die Regierung ist dabei, sich aufzubauen. Der jetzige Präsident wurde natürlich schwer gewählt. Der Präsident davor, Kabila, Josef Kabila war das. Sein Vater war vorher Präsident. Laurent Désiré Kabila war der Präsident davor. Der wurde ermordet. Ist das eine Demokratie? Es ist jetzt eine Demokratie. Aber dadurch, dass die Infrastruktur halt komplett unterwandert ist, ist es schwer, selbst für den Präsidenten zu sagen, ihr könnt das und das nicht mehr machen. Boah, hart. Als ich und einer der ärmsten Länder der Welt oder das ärmste Land der Welt, wenn man sich die Bevölkerung anschaut und gerade was da abgeht. Wie bringt man die Leute dazu überhaupt, in so Minen zu arbeiten? Also ist das, weil die einfach komplett Armut haben und dann ein bisschen Geld wenigstens kriegen oder werden die militärisch gezwungen? Weil da gibt's ja verschiedene Sachen, glaube ich, ne? Die Leute sind gezwungen, diese Jobs zu machen, weil das das Einzige ist, was sie machen können. Verdienen die da auch Geld? Es sind Peanuts wahrscheinlich. Es sind Peanuts. Es ist wirklich, also, mit einem Eurojob bist du schon gut bedient hier. Mit einem Eurojob hier, du gehst arbeiten für einen Euro die Stunde, bist du noch besser bedient als diese. Ungerechnet, ich weiß nicht, von denen leben. Drei Dollar. Vielleicht am Tag zwei Dollar verdienen die da. Und dann musst du überlegen, müssen die eine Familie ernähren, kranke Kinder, Medikamente kaufen. Und das ist das halt. Die Leute sind gezwungen, das zu machen. Das ist praktisch... Du hast keine andere Wahl. Verhungerst du oder gehst du Steine zerkroppen wahrscheinlich. So. Jetzt im Rahmen dieses Krieges, der jetzt ausgebrochen ist, wer kämpft da genau gegen wen? Sind das, du hast gesagt, Ruanda, Milizen, ich hab gelesen M25 oder so. M23. Sorry, M23. Genau sind die Rebellen. Und diese werden finanziert, weil... Kannst dir nicht vorstellen, dass die kongolesische Armee ist zahlenmäßig diesen Rebellen überlegen. Aber diese Rebellen sind ausgestattet mit der neuesten Technik, haben die neuesten Waffen. Das hab ich auch gelesen. Irgendwann hab ich gelesen, tausend, also gefühlt so tausend nur Soldaten oder so. Genau. Kann das sein? Ja. Tausend Soldaten haben die nur? Tausend Soldaten oder ich weiß nicht, ein bisschen mehr, weniger. Aber die haben nicht so viele Soldaten. Ich hab, dass eine ganze Armee runterzumachen. Genau, das heißt, sie... Tausend Soldaten, Bruder. Oder wer weiß, wie die trainiert sind, Bruder. Die haben mehr Follower auf YouTube, Bruder, so weißt du, was ich meine, hä? Was geht ab? Was haben die für Waffen, Bruder? Haben die Laser, so? Bruder, die haben die modernsten Waffen, so dass sie... Sie haben halt den Osten. Du musst dir vorstellen, der Kongo ist halt fleischemäßig sehr groß. Doppelt so groß wie Deutschland oder so, glaub ich, ne? Doppelt so groß, ist so groß wie ganz Westeuropa. Wow, Alter. Ist so groß wie Frankreich, Deutschland und Spanien zusammen. Wow. So, und dann hast du halt, dann hast du halt dieses Stück und der Osten. Die Fläche, wo der Krieg stattfindet, ist eine Fläche, die so groß ist wie Deutschland. Boah, Bruder. Was ist Ostkongo oder Ostkongo? Ostkongo. Sorry, Ost, äh, ja südöstlich oder komplett... Das ist da bei Rwanda auch, glaub ich, ne? Ja, das ist an der Grenze von Uganda, Rwanda und dann hast du oben, äh, in Kongo und Goma. Der Fluss ist getrennt, ne? Ne, der Fluss ist, äh, die andere Seite, trennt die beiden Hauptstädte von den Kongos. Dann war das so. In Chasson und Razaville. Aber dort sind halt, ähm, die Kobaltminen, ne? Ja. Weißt du, da sind halt die Kobaltminen und die Koltanminen und so. Und da kannst du theoretisch, jetzt kannst du nichts machen, wenn du nicht, äh, das Bewusstsein der anderen Menschen deckst. Weil das ist so eine Sache, du siehst kein Unternehmen darüber sprechen, die Unternehmen haben Kobalt in ihren Produkten. Ne? Und so 70 Prozent auf der ganzen Welt, der Kobalt, kommt vom Kongo. Also du kannst nicht sagen, dass diese Unternehmen sagen, okay, wir haben nichts damit zu tun. Ja. Oder wir haben keine... Und das sind vor allen Dingen, was kaum gesagt wird, das sind Kinder, die da unten sind. Man steckt Kinder rein in diese Minen, weil das sind kleine, dünne Minen und man tut Kinder rein. Was denn so besser in die Schlupfe und so reinbraucht? Ja, man tut Kinder rein. Das heißt, die meisten Leute, die sterben, sind kleine Kinder. Und diese Kinder sind darauf angewiesen, zu arbeiten. Die sind in so einer Notlage, die Eltern sagen, wenn wir, entweder du kommst arbeiten, damit wir ein bisschen Geld haben, oder du kommst gar nicht arbeiten und ich verdiene noch so viel Geld, dass ein paar Kinder von mir auf jeden Fall sterben werden. So. Und die sind gezwungen, das zu machen. Ich frage mich, Digga, kann man, wenn man, also diese Konzerne, von denen du sprichst, die besitzen ja quasi, ich weiß nicht, was die da besitzen, aber vielleicht besitzen die ja das Land, wo das Kobalt liegt, oder haben die da einfach Konzerne gebaut an den Flächen und haben das Land gekauft, oder was haben die, was besitzen die da genau, oder was für eine Macht haben die da? Also, der Kongo war ja eine Kolonie von Belgien. Ja. An vielen Konzernen. Meistens auch belgische Konzerne, aber auch an vielen anderen westlichen Konzerne, um die Machtstruktur natürlich zu behalten. Zum Beispiel hast du die Nationalbank von Kongo, die ist zum Teil privatisiert, die gehört nicht dem Staat Kongo komplett. So was hast du zum Beispiel. So hat man quasi sowas wie eine wirtschaftliche Kolonie noch. Genau, du hast so eine wirtschaftliche Abhängigkeit. Und du hast halt den Kongo, weil er halt sehr reich ist, ist das rohstoffreiste Land der Welt, wenn man nach den Ressourcen geht. Das heißt, alle sind darauf, alle Länder sind darauf angewiesen in der heutigen Zeit, in der wir leben, in der wir modernisieren wollen, digitalisieren wollen. Der Kongo ist das reichste Land der Welt. Ja, weißt du, ich meine. Du hättest einfach das reichste Land, das ist einfach das ärmste Land. Was für eine kranke Welt, Bruder. Irgendwie, ich hab auch das Gefühl, dass in den Medien gefühlt gar nicht darüber geredet wird. Ich hab das nirgendwo gesehen und das, was ich recherchiert habe, waren auch irgendwelche so alternativen Medien und so weiter. Arte und so gab es ein Video, hab ich gesehen, oder zwei maximal. Ja, Arte ist ja auch fast schon alternativ, Bruder, kann man schon sagen. Ich weiß nicht, ob die... Ist das nicht staatlich, Arte? Ja, aber die machen ja so alternative Themen. Irgendwie komisch, dass keiner darüber redet, so, ne? Vielleicht auch, weil sich der Staat vielleicht seiner Schuld bewusst ist dabei. Natürlich ist sich der Staat seiner Schuld bewusst. Wir sprechen hier von einem... Guck mal, diese Doppelmoral kannst du ja... Das ist ja eine starke Doppelmoral, wenn du Demokratie vertrittst und für Menschenrechte stehst, aber dann du sagst, zum Beispiel der Olaf Scholz sagt, wir müssen modernisieren, wir müssen digitalisieren, wir brauchen grüne Energie. Und dann fragst du dich, woher kommt diese grüne Energie her? Auf wen seinen Nacken machst du das? Ja, auf welchen Nacken machst du das? Wie wollen wir modernisieren, wenn wir immer noch eine Ungleichheit haben, wo hier Menschen, Kinder, vor allem Dingen, in Schluchten graben müssen, nach Kobalt oder Koltan? Und dann sagst du, ja, wir brauchen mehr Energie. Das heißt, mehr Energie... Die müssen mehr graben. Mehr graben. Aber wieso ersetzt man die Menschen dann nicht mit normalen Arbeitsmaschinen, wenn man schon die Macht hat, quasi da zu machen, was man will? Ich kann nicht so viel Geld ausbeuten wie möglich, aber... Wieso benutzt man da noch Menschen, Bruder? Ist das nicht ineffektiv, auch rein wirtschaftlich? Ich verstehe das nicht. Weil, du hast ja ein Land wie dem Kongo. Die Konzerne zahlen im Kongo. Die meisten Konzerne zahlen keine Steuern. Das kannst du dir schon vorstellen. Die zahlen keine vernünftigen Steuern. Das Steuergesetz ist nicht wie in Deutschland, nicht so gut geregelt wie in Deutschland. Und selbst in Deutschland schaffen es ein paar immer noch, davon zu kommen, ohne Steuern zu bezahlen. Also kannst du dir da vorstellen, zahlt fast kein Großkonzern Steuern. Das sind Peanuts. So. Die Arbeitskräfte, die die haben, die graben ein bisschen. Du weißt, das sind ja nicht nur ein, zwei Leute, die da graben. Du hast da, wie schon gesagt, manchmal 30.000 Leute, die dort graben. Und das ist für die eine Win-Win-Situation. Billige Arbeitskräfte, die, wie schon gesagt, nicht mal einen Euro verdienen an diesem Tag. Das ist ja viel effizienter für die. Du musst dir vorstellen, du musst so eine, keine Maschinen dafür besorgen, du musst ein richtiges Werk erbauen erstmal, dass das so grabt, dass das aussortiert. So hast du einfach Leute, die zwei Dollar kriegen am Tag, die mit Spitzhacken, was kostet eine Spitzhacke, die das kaputt macht, mit den Händen schaufelt, beiseite legt und weiter arbeitet. Krass, krass. Dann hast du den halt, wenn... Vielleicht ist es auch einfach so eine Feinarbeit, dass du das nicht kaputt machst oder keine Ahnung. Nee, das würde nicht daran liegen. Das würde eher daran liegen, dass du einfach nur Geld sparen möchtest. Oder die Leute, vielleicht sind die Leute dann auch verärgert, ne, wenn die gar keinen Jobs mehr dann haben oder die werden dann alle noch, aber was sollen die dann machen? Wobei... Nicht mal, nicht mal das. Du weißt, einer stirbt, egal. Da ist einer, der ist eh arm, der braucht eh einen Job, der wird das so oder so machen. Jeder ist ersetzbar wegen der Armut. So denken die, das ist ersetzbar wegen der Armut. Deswegen kannst du das, mit armen Ländern kannst du, du kannst das machen, wenn du jemandem einen Job anbietest für, komm für einen Euro, das und das machen, dann machen die das auch. Es gibt auch Frauen, die müssen sich prostituieren, die haben keine andere Möglichkeit. Also Menschen sind sogar günstiger als Maschinen einfach. Menschen sind günstiger als Maschinen und wenn sie gar nichts verdienen, das ist wie hier, ja Mindestloh, wenn Menschen da wenigstens Mindestloh bekommen würden. Dann würde es ihnen gut gehen. Wenn wir schon über andere Verhältnisse reden, da könnten wir darüber reden, wie verbessern wir die Arbeitsbedingungen oder so, wie schaffen wir das. Aber da sind wir gerade, wie stoppen wir die Ausbeutung, wie stoppen wir, dass Kinder dort arbeiten müssen und wie stoppen wir diese Systeme, die erschaffen worden sind, die anderen profitieren lassen und anderen starke Nachteile geben. Einfach, industrielle Revolution ist in Kongo einfach nicht angekommen. Hast du Verwandte oder Bekannte da, oder kennst du jemanden, der in so einer Mieterleitung arbeitet? Ich kenne, ich habe Kontakte zu Leuten, die helfen, zu Organisationen, die helfen. Ich habe Kontakte zu auch Verwandten, die helfen dort und da aus der Ecke. Ich habe Verwandte im Kongo, aber die befinden sich jetzt nicht dort im Kriegsgebiet und es ist halt viel, was man hört, was man sieht, auch die Bilder. Also man sieht ja kaum Bilder. Ich habe genug Bilder auf meinem Handy. Da sind Leute, da hast du einen Berg voller toten Menschen. Also einen Berg voller toten Menschen, die liegen da einfach. Es gibt Videos, die man auch nicht hier zeigt, wie einfach Häuser bombardiert werden von diesen Raketen. Komm, bam, hau's weg. Oder einfach, die laufen durch ein Dorf. Was ist gerade das Ziel vom Krieg oder wer hat welches Ziel? Weil versuchen die diese Gebiete einzunehmen, die diese ganzen Minen haben? Genau, was passieren soll ist, diese Gebiete werden von den Rebellen unterwandert. Das, was man hier im Westen sagt, ist, dass die Rebellen die Sachen im Schwarzmarkt verkaufen wollen, aber das macht für euch keinen Sinn. Jemand muss die Rebellen finanzieren. Jemand muss ihnen ihre Ausstattung geben. Das ist diese Frage, die wir uns stellen, die wir schon wissen, aber es wird so low-key, ja, wir sagen nichts. Die britische Regierung unterstützt Rwanda. Ich bin Paris-Fan, muss ich auch kritisieren. Wir haben eine Kampagne, die heißt Visit Rwanda. Wir machen Werbung dafür, während Rwanda baut sich halt, Rwanda ist halt ein kleines Land im Gegensatz zum Kongo, ein kleines Land. Und das kleine Land ist sich gerade wirtschaftlich am Verbessern, du weißt nicht warum, die sind nicht sehr reich an Rohstoffen, sind nicht sehr reich an dies und das, aber die bauen sich auf, du siehst, das Land wird immer sauberer, du siehst, der Westen macht Werbung für Rwanda. Großbritannien hat sogar ein Abkommen abgeschlossen, dass sie die Flüchtlinge, die in der UK sind, nach Rwanda abschieben wollen. Also die sollen nach Rwanda. Also ich habe noch nie gehört, dass man so einen Deal macht mit einem Land, was eigentlich instabil ist. Das heißt, der Westen fördert Rwanda in dem Sinne, beziehungsweise die Regierung. Es geht sich nicht mehr um die Menschen, bevor Leute das vertauschen. Es ist offensichtlich, dass sie irgendwie zusammenarbeiten. Es ist offensichtlich, dass sie zusammenarbeiten und auch, warum haben die französische Waffen die Rebellen? Das fragen sich auch viele Leute, wenn diese Leute ja Rebellen sind. Wie viele Leute sind denn in der Armee von Kongo? Da sind schon, Kongo hat jetzt 100 Millionen Einwohner, also müssen 100.000 oder was? Mehr als 100.000 sind es auf jeden Fall. 1.000, 2.000 Leute, ich bitte dich, Bruder, was haben die für Waffen? Bruder, diese 1.000 Leute, die sind aber auch wahrscheinlich strategisch so trainiert, die wissen genau, wenn jetzt da, keine Ahnung, 5.000 Leute sind und die sind nur 1.000, die wissen genau, von welchem Punkt die angreifen müssen, durch die Mitte durch, dass du zwei Hälften hast. Die 500 greifen die an. Also die Miliz M23, das sind aber nicht Leute aus Ruanda, sondern international, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Das sind auch Leute von da, Leute von da. Es sind auch Kongolesen, die gekauft sind von da, die sich den Rebellen anschließen. Also du kannst gar nicht sagen, es geht sich, weil eine Narrative, die immer geführt wird, auch in der kongolischen Community ist, wir haben in der Community so einen unter latenten Hass entwickelt auf Leute, die aus Ruanda kommen. Verstehst du? Das spielt dann auch nochmal in die Karten, dass wir, anstatt zu gucken, wer profitiert von dem Ganzen, sind wir direkt die Ersten, die sagen, okay, das sind die aus Ruanda. Und dann, wir fangen an, das zu normalisieren, zu sagen, wenn du das und das nicht machst, dann bist du aus Ruanda und so. Das fängt an, so ein Running Gag zu werden und Leute merken nicht Unterbewusstsein, wir fangen an, eine Narrative zu glauben und konzentrieren uns gar nicht mehr auf den Punkt. weil, wie mein Opa sagt, du siehst nicht, dass eine Blume verwelkt ist an der Blume oben, sondern wenn die Wurzel noch lebt, dann siehst du erst, ob die Blume lebt oder nicht. Und wenn du ein Problem kannst, du nur beheben, wenn du die Wurzel anpackst. Wenn du immer nur oberflächlich hast. Es wächst nach. Es wächst nach. Es wächst nach. Unkraut wächst nach. Oder Eisgeld. Das ist das. Und wir haben uns so sehr darauf fokussiert, dass es erst jetzt so, dass wir erst jetzt anfangen, ein neues Bewusstsein zu entwickeln. Ey, guck mal, was da abgeht. Wir können nicht mehr. Weil unsere Eltern haben zum Beispiel diese Narrative geschürt, so richtig bei uns verbreitet. Ja, es sind die aus Ruanda. Ja, die aus Ruanda. Du musst diese Menschen hassen. Aber denen aus Ruanda, weißt du, was denen erzählt wird? Die aus Kongo. Ne, nicht mal so. Sondern die aus Kongo sagen das einfach, weil die neidig sind, weil wir uns im Baum. Die Regierung muss ja auch mit Narrativen spielen an die Bevölkerung. Du musst ja verkaufen, warum bauen wir uns gerade so einen Wohlstand auf und unser Nachbarland ist am leiden. Diese Narrative musst du ja auch erklären. Also als Sales, wir bekämpfen uns mit Narrativen, während die Leute, die eigentlich dafür verantwortlich sind, die sitzen da, machen mehr Geld. Reiben sich die Hände, Bruder. Ja, genau. Frisst euch gegenseitig, gebt uns Rohstoff. Genau, die Weiden-Konker. Wir kommen, haben einen Streit kreiert und ihr führt den Streit weiter aus. Und das nutzen die bis heute auch immer noch. Die sagen, der Grund, warum es den Krieg gibt im Westen, wird gesagt, ist Huzi- und Tuzi-Konflikt. Huzi- und Tuzi-Konflikt, nachweislich, wurde kreiert von den Belgiern, Briten und Franzosen. Die sind da hingekommen, haben angefangen, Menschen, die eine Sprache gesprochen haben, zu unterteilen. Das ist Kongo und Ruanda, oder wo geht's da her? Genau, die haben Menschen angefangen, zwischen Phänotypen zu unterteilen, obwohl diese Menschen Jahrhunderte zusammengelebt haben, haben die angefangen, die zu unterteilen in, okay, du bist Tuzi und du bist Hutu. Huzi und Tuzi. Haben die angefangen, die Menschen zu unterteilen. Dann haben die einer Gruppierung gesagt, okay, wir geben euch ein bisschen mehr Power, um den anderen, das wirkt ein bisschen Hass, also haben die denen ein bisschen mehr Privilegien gegeben, hier, ihr kriegt Machtposition, die anderen wurden verärgert. Dann haben die gesagt, hier, nehmt Waffen, die wollen euch angreifen, hier, nehmt auch Waffen, ihr müsst euch doch verteidigen. Und so haben die einen Bürgerkrieg gestartet. Und das ist nachweislich, die sind da hingegangen. Ja, arbeitest du Leute, du verdienst Geld, indem du Waffen verkaufst, Alter. Googelt mal, die sind da hingegangen, haben die Nasen von den Leuten vermessen, Augen, Kopfform, wenn du eine bestimmte Kopfform hattest, bestimmte Mund, bestimmte Nase, wurdest du der Gruppe zugeteilt, der Gruppe zugeteilt. Und so haben die Huzi und Tuzi erschaffen. Also diese Ethien haben vorher gar nicht existiert, die wurden erschaffen in dem Moment. Einfach um noch mehr Hass zu schüren, Alter. Ja, Bruder, krass, krass. Wo fliehen die Menschen, die gerade fliehen müssen, hin? Wo gehen die hin? Also ins Landesinnere mehr? Auch. Auch ins Landesinnere, in andere Länder. Nach Angola. Ja, Angola ist ein beliebter Fluchtort. Und ins Innere vom Kongo. Also die meisten bleiben im Osten, aber die werden immer weiter ins Landesinnere verschoben. Die Länder, die die aufnehmen, wie empfangen die die? Also lassen die die dann auch da leben oder schicken die die dann auch wieder weg? Das Ding ist, es kommt drauf an. Also in Angola, denke ich mal, ist nicht so. Aber in Angola sind die Auflagen für Einreise und so ein bisschen. Weil Angola ist halt, mehr kommt drauf an, wo in Angola du hingehst. Aber wenn du zum Beispiel zur Hauptstadt gehst, ist es ein bisschen schwieriger aufgenommen zu werden. Das heißt, sie befinden sich alle noch im nördlichen Teil, so oben oder im Kongo. An der Grenze wahrscheinlich. Ja, ja, an der Grenze, an Grenzgebieten, dahin flüchten die Menschen. Oder die bleiben, sind im Osten, müssen immer weiterziehen. Also egal, wo Rohstoffe sind, da müssen die weggehen. Also wenn die jetzt dahin fliehen... Es gibt manche, die wohnen da, wo die Rohstoffe sind und die werden weggeschickt. Und es gibt manche, die müssen fliehen, weil die Rebellen halt kommen. Die haben halt Angst, die wollen halt nicht sterben. Die wissen halt nicht, was passiert. Wenn du hörst, fünf Kilometer weiter von dir wurde ein Dorf angegriffen, dann sind wir dran. Weil die müssen ja auch da durch, um ins nächste Dorf zu kommen. Genau. Boah, das ist schon hart, dicker Alter. Was ist das für ein Leben, Junge? So ein Leben auf Flucht, von Krieg und sonst was Kinder da aufwachsen müssen, das ist schon hart. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Gibt es, also ich glaube Lösungen, also Lösungsversuche gibt es wahrscheinlich gar nicht da. Das ist ja einfach gefühlt, einfach so Kriegsfeld von Industriestaaten. Ist eigentlich auch so Asien irgendwie mit involviert, also China und so weiter. Da habe ich auch ein bisschen was gelesen. Auch. Ja und nein. Diese Dinge sind aber auch nicht so richtig offen. Also das sind alles Vorgerungen, die auf der Hand liegen. Es ist eher so, dass der Westen sehr gerne, wenn es um China geht, Narrativen erzeugt. Ich sage nicht, dass überall, chinesische Konzerne sind nicht überall gut auf dem afrikanischen Kontinent. Die sind nicht überall fair und halten sich auch nicht überall an Menschenrechte. Nur es wird halt eine Narrative geschaffen, dass westliche Konzerne gar nichts machen. Und die chinesischen eigentlich, die waren, die kommen, jetzt kommen und das aber. Ja, die Chinesen sind es. Eine Sache muss man aber sagen, dass die Chinesen sind gekommen. Also westliche Konzerne, die gekommen sind, um irgendwas zu tun, haben selten etwas gemacht. Chinesische Unternehmen sind gekommen. Die haben wenigstens in vielen Ländern die Infrastruktur aufgebaut. So, das ist ein Fakt, den kann man nicht verleugnen. Die haben dem Volk wenigstens was gegeben. Die haben dem was gegeben zum Beispiel. Ja, wenn wir des Tages auch ausgebeutet haben, aber. Ja, aber die haben denen wenigstens etwas gegeben, so. Aber ich denke, das ist viel mit Narrative. Es kommt darauf an, welches chinesische Unternehmen. Und die sind auch nicht so lange da. Das heißt, sie besitzen auch nicht viel von der Infrastruktur. Die haben keine kolonialen Verträge mit Ländern von damals. Es gibt viele Länder, die haben Kolonialverträge. Wo du einfach nicht raus kannst. Die, die einfach unterschrieben haben, bevor die abgehauen sind. Ja, komm, verschreib hier. Und die sind immer noch gültig. Ja, ja. Ja. Kennst du den Influencer Chakabas? Ich kenne Chakabas, ja. Den habe ich nämlich auch von einem Kollegen empfohlen. Da habe ich mir auch einiges gegeben. Der ist auch sehr stark, ne? Was hältst du von dem? Ähm, ich mag den eigentlich. Ich vertrete nicht alle seine Sichtweisen. Der hat manchmal ein paar Sichtweisen, die sind nicht okay. Aber ich finde seine Arbeit im Kongo sehr gut. Es gibt viele Leute, die den kritisieren, sagen, der ist ein Scamer und etc. Ich kenne Leute, die den kennen, die seine Arbeit kennen über den Kongo. Der ist wirklich da. Es ist nicht so, er geht einfach hin für diese Kinder, die dort sind, im ganzen Dorf. Die kennen den beim Namen, die kennen den persönlich. Diese Kinder weinen, wenn er geht. Diese Kinder freuen sich auch, wenn er zurückkommt. Es ist nicht so, er geht da hin, um sein Profil zu machen. Er hat wirklich geholfen. Ich kenne Leute, die mir gesagt haben, er war da und er hat geholfen mit dem, was er machen konnte. Das, was Leute nicht verstehen, die denken, nur weil jemand Influencer ist, dass er etwas ändern kann. Das ist noch in den vielen Köpfen, ja, guck mal, der kann doch einfach da hingehen und was machen. Nein, es ist kein, Leute vergessen, Politik ist nochmal ein anderes Thema, als Influencer zu sein. Du kannst irgendwo hingehen, du kannst hundert Brunnen bauen, aber es wird trotzdem nicht das Kernproblem ändern, warum die Menschen arm sind. Das verstehen die Leute nicht. Die Politik, an der Politik muss sich etwas ändern. Und das kommt halt erst, wenn Menschen wie wir auch Bewusstsein haben, das, was wir konsumieren und das, was wir hier haben, das verursacht Nachteile für andere Leute. Wie können wir das machen, dass jeder davon profitieren kann? Es muss ja keiner Nachteile dafür haben. Es muss ja keiner unter der Erde graben, wie du gesagt hast, oder? Es muss ja nicht jedes Jahr ein neues iPhone rauskommen, zum Beispiel. Da frag ich ja auch keiner. Jedes Jahr kommt ein iPhone raus. Wir haben von Apple noch nie was gehört, obwohl Apple ist, was soll ich sagen, wenn es um Digitalisierung geht, um Modernisierung, Apple, Android, Samsung, Nokia, was gibt es noch? Die ganzen Marken, Alcatel. Die Liste ist lang auf jeden Fall. So, die Liste ist lang. Die alle benutzen das. Aber von denen hörst du nichts. Normal. Oder auch Elektroautos, die gerade gebaut werden. Elektroautos, Satelliten, Raketen, die gebaut werden. All diese Sachen brauchen dieses Kobalt oder dieses Koltan. Und deswegen hast du halt eher, wenn die Firmen es nicht machen, die einzige Power, die es gibt, sind die Menschen. Das heißt, wir müssen aufklären, wir müssen den Menschen sagen, was falsch läuft. Wir müssen denen zeigen, was falsch läuft, weil es ist nicht wie gesehen. Es ist genau dieselbe Situation wie Palästina. Menschen mussten erst aufhören und sagen, na, 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 na. Jetzt langsam ist es so, dass man sich beide Seiten auch mal anhört. Mittlerweile hört man sich auch beide Seiten an. Vorher war das, es gab nur diese eine Seite, die andere Seite durfte gar nicht gehört werden. Und jetzt, nachdem Menschen Bilder zeigen, du siehst die Bilder, du siehst, das sind Kinder, welche Terroristen, das sind Kinder, die da bombardiert werden in deren Häusern. Da kann man nicht mehr von Dingen sprechen, wir wollen die Terroristen bekämpfen. Da muss man endlich auf eine Einigung kommen, wie können wir das Problem ändern. Das Problem ändert das ja nicht, wenn wir Kinder zerbomben. Ändert das ja nicht an dem Problem. In dem Fall von Kongo ist es wahrscheinlich schwieriger, wenn jetzt bei Palästina und Israel haben ja viele Leute dann so Unternehmen wie Starbucks und so dann boykottiert. In dem Fall von Kongo, oder wie willst du dann die Sachen boykottieren, indem du dir kein iPhone mehr holst und so, keine technischen Sachen mehr holst, das ist ja sehr viel schwieriger für mich. Es ist halt einfach, wir müssen Awareness schaffen, dass die Unternehmen... Also Druck auf die Unternehmen ausüben wäre, glaube ich, einfacher. Das ist der Grund, Druck auf die Unternehmen auszuüben, das ist das. Wir können die nicht... Dass die Personen selber die Lage dann zu verbessern, um ihr Image zu... Genau, das Image muss drunter leiden, damit die was dafür tun. Genau. Weil nur dann würden die etwas daran ändern. Weil wenn keiner drüber spricht, leidet das Image nicht da drunter und die denken sich, tamam, wir machen einfach so weiter wie vorher. Weil die in dem mehr so Aufnahmen und so entstehen jetzt. Ich habe aber noch nie so einen richtigen Namen von dem Unternehmen leider gehört. Wenn halt mehr Name-Dropping gemacht wird, mehr Bilder gezeigt werden... Ich glaube alles, oder 70% aller Rohstoffe sind da, also jeder benutzt das. Also jeder, im Grunde immer alle. Die wurden auch angezeigt. Apple, Samsung, Tesla... Wurden angezeigt? Ja, die wurden angezeigt von Menschen dort im Kongo. Aber das Gerichtsverfahren läuft bis heute immer noch. Kannst du nachlesen. Und es haben Leute, die nachweislich Schäden davon getragen haben. Es ist nicht nur so, dass dieses Bohren und dieses Ganze drum und dran, dass das nichts hat. Es hat ja noch Umweltverschmutzung bringt es mit sich. Wir wollen hier klimaneutral werden. Leute kriegen Krebsarten, die kriegen ja Lungenkrebs. Du bist ja unter die Erde, du hast keine Schutzmaske an. Den Wickeln Lungenkrebs. Kleine Kinder, sogar bei kleinen Kindern sogar noch schneller, weil die Lunge nicht ausgewachsen ist. Die kriegen noch schneller Lungenkrebs. Und du hast verschiedene Sachen. Das wird angezeigt. Aber bis jetzt, was wollen diese Leute machen? Man hat sie ein bisschen kompensiert. Aber das machen die Unternehmen immer. Ja, wir kompensieren die. Dann sind die vielleicht leise. Aber wir machen weiter. So. Das Problem wird nicht angesprochen. Die Unternehmen, die da hingehen können und das machen. Weil die machen das bewusst. Weil du kannst ja nicht sagen, wir wissen, da geht es ab. Da sterben Leute. Da sind Milizen unterwegs. Da können wir nicht sagen, ja, wir machen weiter. Wir machen weiter wie gefolgt. Und das machen die Unternehmen. Die machen weiter wie gefolgt. Oder so tun, als wenn da nichts wäre. Genau. Viele tun ja auch so, nee, unsere Rohstoffe werden grün abgebaut. So, Bruder. Ja. Ich bitte dich. Oder wir haben nichts damit zu tun. Unser Kobalt kommt von woanders. Das ist das immer. Zum Beispiel ein Unternehmen, ein Nachbarunternehmen, was gerade sehr aktiv ist, ist Glencore. Das ist ein Schweizer Unternehmen. Ein Minenunternehmen. Was die angerichtet haben, ist auch schon sehr, 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 sehr krass. Menschenrechtsverletzungen. Kinder dort, die wussten, die hatten die Zahlen auf dem Tisch, dass dort Kinder verstorben sind. Und aufgrund von Bronchitis haben die bekommen. Deswegen, ne, chronische Bronchitis, Lungenprobleme, Atemprobleme, Asthma, all diese Sachen, Lungenkrebs, all diese Dinge haben sich entwickelt. Die hatten diese Liste, vor der Typ, ich weiß gerade nicht, welche Organisation das veröffentlicht hat. Ich meine, das war Amnesty International, ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber die hatten die auf dem Tisch. Die haben gesagt, wir haben nichts damit zu tun. Case closed. Das war's. Case closed. Ja, bis heute Case ist erstmal closed. Obwohl, all diese Fakten, die liegen auf dem Tisch. Case closed. Die haben nie was damit gemacht. Wenn du googelst, Glencore im Kongo, wirst du so viele Artikel sehen. Leute, geht auf die Seite von Glencore und bombardiert die mit Nachrichten halt da. Krass. Oder zum Abschluss will ich noch sagen, es ist ja nicht nur Kongo, sondern gefühlt so ganz Mittelafrika ist so am Brennen. Vor allem eine Sache, die ich vielleicht auch noch kurz fragen wollte, Äthopien und Eritrea. Ich weiß nicht, ob du da so Dings bist. Ich hab vor allem einen Kollegen, der auch hier unseren Podcast mitgemacht hatte, der AB. Der hatte mich gefragt, frag ihn mal, was er dazu sagt. Mit Tigray und so weiter. Und der Krieg dort. Also es ist ja überall in Afrika, beziehungsweise in Zentralafrika ist ja gerade so gefühlt Eskalation. Und vor allem da mit den Leuten aus Tigray ist ja auch gerade ein radikaler Trick, wie die vertrieben werden und teilweise was mit denen gemacht wurde. Hast du da irgendwas vielleicht zu sagen oder kennst du dich mit dem Konflikt dort aus? Ja, ich kenn mich ein bisschen mit dem Konflikt aus, muss ich mich auch informieren. Aber das, was ich so feststellen konnte, ist auch, dass viele Narrativen gepusht werden über Social Media. Es gab zum Beispiel einen Fall, hat vielleicht keiner mitbekommen. Facebook wurde angezeigt. Facebook hat Propaganda gemacht. Weil die meisten Leute, die dort sind, die älteren, zum Beispiel ältere Generationen und so, die nutzen Social Media alle Facebook. Die haben dort alle Facebook. Und Facebook hat ihnen bewusst Kriegspropaganda die ganze Zeit angezeigt. Leuten aus Südopien? Ja, ja. Ach. Immer, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das wurde mehr gepusht als andere Sachen. Genau, das wurde mehr gepusht als andere Sachen, sodass Leute dazu gekommen sind. Es gibt ja auch Leute, die checken ja auch Algorithmus ab. Und wir haben gesagt, das ist doch nicht normal, dass diese Leute immer wieder dieselben Sachen und Sachen, die zum Beispiel falsch angezeigt worden sind. Oder es wurden in Videos gezeigt, wie Leute zerbombt worden sind oder so, die gar nicht da stattfinden. Also halt einfach Narrativen gepusht. Aber ich, wie schon gesagt, man kann, diese Konflikte sind alle mit einer, ich sag so, jedes Nachbarland braucht sich untereinander, um sich zu stärken, damit man diese Ausbeutung verhindern kann. Weil ein Land alleine wird es leider nicht schaffen. Es müssen mehrere Länder sich verbünden. Man braucht halt mehr Leute. Das wäre zum Beispiel was, wenn Äthiopien, Sudan und Eritrea sich verbünden würden in einem Bündnis, was gefessigter ist. Was auch in dem Sinne militärisch, wirtschaftlich, die weiterbringt. Weil das ist ja die Hauptsache. Du willst ja erstmal das Wirtschaftliche stärken in dem Sinne und dann kannst du erst die Infrastruktur verbessern. Aber du brauchst erstmal Wege. Und wenn du immer noch ausgebeutet wirst oder es Konflikte gibt, die immer weiter gepusht, gepusht, gepusht werden, wird sie dazu kommen. Ja. Okay, Bruder. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich wollte extra nicht die Folge zu lang machen, weil ich glaube, das ist sehr viel Input für Leute, die nicht so Plan haben. Ja, ja, sicher. Ich hoffe, das war ein Anstoß für alle, die sich noch gar nicht darüber informiert haben, dass ihr auch das Bewusstsein dann dafür habt und euch weiter informieren könnt. Gibt es irgendwas, was du so hinzufügen kannst oder willst? Ja. Wenn ihr die Möglichkeit habt, da draußen, ich weiß nicht, an wen auch immer, Dinge zu verbreiten, also auf der Welt, ich weiß nicht, ob das für jeden relevant ist, auf der Welt finden mehrere Kriege statt. Es gibt mehrere Länder, die befinden sich gerade in so einer Situation stärker oder auch schwächer, dass man darüber aufklärt, dass man darüber zeigt, dass ihr auch Videos teilt. Weil wenn ihr Videos seht von Menschen, die von da kommen und die darauf aufwechsam machen, dass ihr das teilt, weil es eine Wichtigkeit hat. Wenn die Medien das nicht verbreiten, müssen wir das als Menschen tun, als Masse, weil sonst verlieren diese Themen an Wichtigkeit im medialen Bereich und dann geht das auch unter. Jürgen gesagt, Bruder. Awareness schaffen dafür. Folgt alle Josy Valley. Wenn ihr mehr von dem Content haben wollt, du machst das ja die ganze Zeit, das ist ja jetzt nicht nur, dass du jetzt hier bei uns bist, du machst das ja auf deinem TikTok-Kanal regelmäßig. Auch. Wie heißt du da auf TikTok? Josy Valley ganz normal. Josy Valley. Josy Valley auf TikTok, check den Bruder ab. Ist auch noch ein Link in der Beschreibung. Ja, stark. Und lass dein Like da, lass dein Abo da. Und an allen hier, folgt den Brüdern. Ready to podcast. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke, dass du da warst. Lu. Gerne. Schaltet ein, wenn es wieder heißt Ready to podcast. Ihr wisst Bescheid. Danke, dass du da warst.